Die nördlichste Stelle Deutschlands liegt natürlich in Schleswig-Holstein. Es gibt sogar drei Anwärter auf diesen Titel. Eine der nördlichsten Stellen ist auf der Insel Sylt. Westlich und südlich von Dänemark. Und westlich vom deutschen Festland in Schleswig-Holstein. Auf Sylt befindet sich an der nördlichsten Stelle nördlich der Stadt List der Ellenbogen. Der Ellenbogen ist eine Halbinsel. Fast das ganze Gebiet des Ellenbogens ist Naturschutzgebiet. Hier gibt es Strände, Dünen und Watt. Nur ungefähr vier Kilometer weiter nordöstlich ist die dänische Insel Röhmö. Die zwei anderen nördlichsten Stellen sind... Auf dem Festland befindet sich die nördlichste Stelle in der Gemeinde Rodenäs im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Rodenäs liegt direkt an der Grenze. In Rodenäs fährt man die Straße Norddeich entlang, übertritt die Grenze und ist dann auf der dänischen Straße Siltoftwey. Der letzte Anwärter auf den Titel nördlichste Stelle in Deutschland ist die Seegrenze. Sie liegt bei folgenden Koordinaten mitten in der Nordsee. Hier endet das deutsche Hoheitsgebiet.